Was tun wir? Auf 3 oder? Ja, ja, ja. 3. Ich kann nicht mehr das. Ich mach das einfach auf Haufen. Ach so. Da war doch noch einer. Ja, ja, aber... Oh, fuck! Aua, hießt er mir. Fuck. Oh, ich bin guter. Ich bin bei einem Objective. Pumpt sie runter. Ja. Alles? Oh! Oh! Da ist aber das Koppel-Locker-Boy. Ich bin tot. Flammer-Werfer-Boy ist drinnen. Da ist der Raksat grad hoch. Er ist da grad im Dachboden. Ja, aber nehmen wir das Ding einfach von Rennam oder wir brauchen den Winnet-Bewesen da ist. Ey, die Raksat. Ich bin noch unterwegs. Ah, fuck! Ah, Flammer-Werfer-Boy. Ja, Rennam-Bottam. Ah! Ah, na. Also ist er irgendwie auch nicht geschaut. Mein White kannst du damit auch verstecken eigentlich, weil ich weiß wie wir da haben oder... Ja, ich würde gar nicht eine da. Rein, genau. Einfach hinten rechts, Warby, rechts, 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 rechts. Ja, rechts. Anderer als rechts vielleicht. Du kannst übrigens selber so ziemlich ohne Zäune drübergratschen, ja. Die sind hinter dir. Ich spawn dann klar. Im Notfall einfach weit wegwerfen. Ich spawn. Ich bin auch da. Was? Habe ich. Habe ich. Wo ist der Letzte? Habe ich nicht. Bei mir waren zwei. Wird sich gerade anpacken wahrscheinlich. Ah, der hat er bei uns. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war grünlich. Kannst du ihn wieder, bitte? Ja. Schau, dass er nicht rechts oben rennt, weil da waren sie ja nicht mehr. Ja. Sollen wir ihn campen? Alter, der hat... Alter, ich bin schon wieder fast tot. Wo ist er? Ja, der will jetzt auch Zeit schinden, natürlich. Ja, aber dann los zum Spot. Aber. Ja. Ah, das ist der Grauslige. Wenn wir den Trutzel machen. Ah, fuck. Ich hab's alleine sah. Nicht, okay. Gehen wir auf, Fivo. Ja. Passt dann von mir. Ich hab's reingekohlt. Ah, ich bin tot. Das war nicht gescheit, also. Ah, okay, du bist dumm. Sorry. Nein, aber was der will? Sie... Seid ihr am Haustag bei mir? Ja. Ich weiß nicht, ich bin da, aber ja. Wo sind's denn? Ah, nein, es ist in deinem Dings, da gerade drinnen und du bist schon relativ los auf deinem. Ist der Turret unten? Geh, Alter. Passt auf beim Sniper. Ist der Turret unten? Ja. Ist der Turret unten? Stößt bitte auf. Jetzt. Einer war in dem Haus drinnen, in uns ran. Ich geh schnell dahinten, weil ich glaub, dass der hinten einfach kommt. Ah, der Disziplin ist echt gold wert. Unter mir ist er. Wo ist der? Ich komm nicht los. Rechts unten, aber... Ich glaub der Fett, der probiert's das in Quid. Okay. Ich seh. Pyro, Grenade out. Der Kleine ist vor dem Dock vor dir, Bernhard. Over there, let's go. Ja. Ja, da war er irgendwo. Sie holen's. Wir probieren's. Wir probieren's. Nein! Ah! Da waren so viele Hüger. Ich hol's gleich wieder. Nein, ich hol's. Ich brauch jetzt ganz gut das Milch an. Ja. Jawohl. Ist das gut? Ja, ja. Das gehört uns. Easy. Tournament drin. Alter, was bin ich für einen Gott, ey. Und das war natürlich, aber... Alter, der Scheiß. Alter, 690 Fame Points. Das ist okay. So lobel mir das. Und Silver 3. Easy. Und die sind noch mal. Und das war wirklich. Also Adonante.